Die Top 5 der unbeliebtesten YouTuber. Teil 2. Hallo Freunde, zu diesem tollen Video. Dranbleiben! Platz 5. Simon Desu. Was geht ab, mein Lieblingsfreund? Hier ist wieder Simon Desu. Oh, gehen wir nicht auf den Sack, du Arsch. Man kann Schokocreme-Badnehmer Simon Desu vieles vorwerfen. Z.B. seine Teilnahme bei Promi Big Brother oder nicht aufgelöste Community-Gewinnspiele. Auf jeden Fall ist es jetzt soweit, dass es aufgelöst ist. Und ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat. Aber eines steht außer Frage. Er gehört zu den Urvätern deutscher YouTube-Unterhaltung. Leider musste durchaus humorvoller Quatsch-Content mittlerweile Platz für austauschbaren Trend-Trash machen. Und das Ergebnis dieses fragwürdigen Kanalwandels ist noch bitterer als Zitronensaft-Konzentrat. It's true. Bin ich auch dabei? Komm schon, bitte darf ich auch dabei sein. Unbeliebt, was ist unbeliebt. Wir reden natürlich eigentlich so von polarisierenden Persönlichkeiten, die meistens negativ polarisieren. Ich mag ihn eigentlich. Also klar, sein Content ist mittlerweile halt schon seiner Zielgruppe angepasst. Simon Desu ist für mich kein sympathischer Mensch. Ich kenne Simon sehr gut, deswegen kann ich über Simon nichts Negatives sagen, weil ich ihn kenne. Erstmal möchte ich natürlich sagen, willkommen zurück hier. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Auch Grüße an Axel und an Lucy Cat. Und was war jetzt die Frage? Ist halt Simon Desu. Ich meine, man kennt Simon Desu jetzt schon so lange. Was willst du erwarten? Für mich ist er gestorben in dem Moment, wo er die Olle über die 1000 Euro und die Xbox betrogen hat. Ich meine, in Chicken Wings baden, das macht man jetzt nicht, weil man morgens da auf die Idee kommt. Das ist halt, weil es Klicks bringt, glaube ich. Spätestens, wo er die Nutella misshandelt hat, oder das Nutella, war der für mich gestorben. So, keine Ahnung. Ich erwarte auch immer noch eine Rechtfertigung eigentlich von ihm. Gut, das hat er jetzt irgendwann gespendet, aber selbst da weiß man nicht, kam das wirklich anders geht. Aber er gehört da zu den Urvätern. Moin, Leute, moin, Freunde. Für mich ein völlig verdienter Platz Nummer 5. Platz 4. Rebecca Wing. Jo, Leute, was geht? Becky ist wieder am Start, mit einem neuen Video für euch und... YouTube-Thumbnails können vieles sein. Irreführend, pornografisch, nichtssagend oder einfach nur hässlich. Im Fall von Rebecca Wing trifft allerdings die folgende Variante zu. Unfassbar nervig. Ich verstehe die Ansage jetzt hier nicht. Aber gut, was ist daran nervig? Doch nicht nur Rebeccas stets geschockt aussehende Vorschaubilder sind verantwortlich für ihren Platz in diesem Ranking. Es ist auch Frau Wings austauschbarer, simpel hergestellter Content, der in den meisten Fällen noch weniger Inhalt hat als zu 90% mit luftgefüllte Chipstüten. Hm. Fabian, ich hab gesagt, keinen Speckgeschmack. Du bist ein hübsches Mädchen, aber ich kenn dich leider noch nicht. Ich hab mir das angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das überhaupt nicht, weil diese Frau hat Todesangst. Ich auch. 24 Stunden, nachts um drei, mit Momo eingesperrt in einem Karton, verschicken per DHL mit dem Weihnachtsmann. Beste Clickbait-Titel. Geil. Ich kenn's nicht. Ich kenn's nicht. Ich hab die Samtis angeguckt, ich höre nur Negatives. Und dass ihr auch relativ wenig Eigenleistung in die Videos reinpackt. Okay, hab ich noch nie gehört. Krass, dass sie so viele Follower hat und an mir vorbeigeht. So ein Mädchen, das Comedy macht, sehr gut. Feierig. Platz drei. Prank Bros. Peace, Leute, was gedacht ich jetzt mal hab? Bis Calvin. Und heute gibt's mal ein Wettessen, und zwar mit Eiskugeln. Ein gleich aussehendes Pappnasenpärchen, welches in seinen Videos ausschließlich geistigen Dünnschiss vom Stapel lässt und damit fast täglich in den Trends landet, sprechen die zwei mit einer Plastikente? Ach, es geht um wen anders. Ah ja, stimmt. Die Prank Bros. sind zwar keine Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund wird man beim Konsumieren ihres gehaltvollen Contents das Gefühl nicht los, als würden die beiden sich nur eine Handvoll Gehirnzellen teilen. Aber wie sagt man so schön, der Erfolg gibt ihnen recht. Und ich hab, äh, was? Äh, ja, also... Sind das die, die auch hier gesagt haben, fass für ein Fuffi mein Schwanz an? Waren das die? Mag ich gar nicht. Boa, Jungs, ich bin ehrlich. Ne, Prank Bros, Jungs. Also ich hab ja auch viele Videos von euch gesehen. Dazu kann man eigentlich nicht viel sagen, außer dass das, finde ich, absoluter Müll ist, was die machen. Ich hab meistens reingeklickt und dann wieder raus. Ja, quasi wir in erfolgreich und noch abgewichster. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, mein Gott, ist natürlich mal schwierig, ne, sowas zu kritisieren, weil immerhin ihr Fotzen da draußen schaut euch das die ganze Zeit auch an. Irgendwoher müssen die Klicks ja auch kommen. Null, also das ist total dumm. Also die Leute, die denken, dass das echt ist. Ich muss nicht sagen, hier, da kann ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr auf das Kreuze gehen, da muss ich mit denen konfrontiert werden, mit den beiden Kämpfen da. Keine Ahnung, die haben ihr Leben mit 300 kmh gegen die Wand gefahren. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind uns auch wirklich setz, Alter. Platz 2. T-Lan. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lan. Hand aufs Herz. Ich hasse Handys. Hat man so ein neumodisches Ding, startet man den ganzen Tag wie ein Zombie auf dem Bildschirm. Zombie, 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 zombie. Kriegt einen schiefen Nacken, tippt sich die Daumen wund und lädt sich sinnlose Dating-Apps herunter. Außerdem sind Handys gefährlich. Von wem ich das habe? Na T-Lan, unserem Platz Nummer 2. Die wird nämlich beinahe minütlich von Momo, Monstern und sprechenden Tieren angerufen, terrorisiert und um den Schlaf gebracht. Darauf kann ich echt verzichten. Ich bleib dabei. Zwei Plastikbecher und eine Schnur. Mehr brauche ich nicht, um mit meinen vier Neffen zu kommunizieren. Ja, das ist für mich die größte Schabracke. Darf man das sagen? Schon ein bisschen gruselig, mysteriös ein bisschen auch. Kennt ihr auch so, könnte so ein Teil sein aus einem Horrorfilm, auf einmal auch so... Es scheint so, als wenn manche Menschen einfach sich nur noch präsentieren wollen, um Klicks abzu- und Werbung zu schalten, finde ich irgendwie scheiße. Wenn Momo anruft, wer ist Momo? Das Monster, wenn Momo anruft, da hat sie ganz viele Videos. Momo ist mein Untermieter. Täglich viele Grüße an Momo. Einer muss es ja machen. Einer muss ja sich in diese todesmutigen Situationen stürzen. Freut euch auf meinen Kanal, Herr Bergmann, dann kommt demnächst die große Momo-Reportage. Aber ansonsten, komm ruhig rein. Ich weiß nicht, das ist wie GZSZ. Bei ihr gibt's halt nur SZ, ne? Gehen Sie ruhig durch, genau. Kein Problem. Ja, verdient der Platz zwei hier. Platz eins. Yo, Olli. Jo, Leute, es geht mal wieder eine neue Folge Mädchen küssen. Bei 500 Likes gibt's den nächsten Part. Immer wenn du glaubst, du hast die größte Scheiße schon erlebt, dann kommt nochmal um die Ecke der nächste Hammer. Kennt ihr das, wenn ihr gerade gemütlich auf einer Spielplatz-Parkbank sitzt, euch ein hauptsächlich aus fettiger Mayonnaise, mehligen Tomaten und viereckigem Formfleisch bestehendes Baguette gönnen möchtet und plötzlich quatscht euch ein fremder Typ an, um eines seiner Sektenzeitschrift-Abos loszuwerden? Schlimm, so was. Noch schlimmer steht es um unseren Platz eins. Denn YouTube-Star Yo, Olli toucht und quatscht in den meisten Fällen schnuckelige Mädels an und verfolgt dabei nur ein Ziel, Knutschen. Leider hat der, ich betone, erwachsene Olli auch ab und zu mal ein Äuglein auf minderjährige Mädels geworfen. Soll man dazu sagen? Kopf ab. Und somit waren Karriere als auch Image schneller im Eimer als mein Erbrochenes nach dem besagten Baguette. Ganz schön eklig, oder? Und somit auch ein verdienter Platz Nummer eins. Ich wollte euch einfach nur nochmal Tschüss sagen und Abschied nehmen und einfach sagen, ich scherze auf mit YouTube. Ey, was? Mein Bruder Reportagen, da hat ihn ja richtig schön verbal, darf ich gefickt sagen? Gefickt, er hat ihn gefickt? Der hat auch so eine Art an sich, ich weiß nicht, ich find das schon sofort unsympathisch, wenn das Erste, was derjenige sagt, gleich sagt, ey, folgt mir auf Instagram. War das der Typ, der hier die, äh, für 50 Euro fast mehr an den Schwanz? War der das jetzt? Der war das? Naja, okay. Yo Olli! Platz 1, Herr Bergmann! Ach, ja, ja, jo Olli! Der kleine Schweranüter. Ist schon witzig, aber ist halt so, kennt man schon. Ich muss ganz ehrlich sein mit euch. Ich kenn ihn nicht. Und ich möcht noch ein Stück weit ehrlicher sein, ich kenn eigentlich auch die vier davor nicht. Deswegen, einfach jetzt, ich mach jetzt einfach den Mund auf und zu und ihr synchronisieren einfach irgendwas Schönes drüber, ja? Finde ich gut, dass er jetzt die Löschung eingeleitet hat und ich hoffe, der wird nie wieder kommen. Ja, der irgendwie, hat er irgendwas mit Kindern gemacht und da oder nicht oder auch wohl oder Pipapo und dat und so und ja, jooong! Also, auf jeden Fall, ein verdienter Platz 1. Mensch, da waren ja ein paar unbeliebte Nasen dabei. Fehlt euch ein YouTuber? Oder sagt ihr, Mensch, das ist aber unfair, dass der dabei ist? Schreibt in die Kommentare und wir gehen uns jetzt mal in eine schöne Chicken-Teriyaki-Box reinpfeifen, oder? Ja! Aia! 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 Untertitelung des ZDF, 2020